So, wir sind live zum Abschluss des diesjährigen BibCast-Programms. Mein Name ist Matti Stöhr von der SLUB Dresden und ich führe heute durch den letzten Beitrag des BibCast-Programms der vierte an diesem heutigen Tage und ich freue mich natürlich über viele Zuhörende, gerade an diesem Abschluss des Tages, kurz vor einem Feiertag und freue mich natürlich auf rege Beteiligung. Ich sage erstmal ein bisschen was Grundsätzliches zum Prozedere hier und dann übergebe ich auch ganz schnell an die Referentinnen. Und zwar grundsätzlich ist es so, dass wie bei den anderen Vorträgen zuvor auch, ein Etherpad, zur Verfügung steht, zur Diskussion, beziehungsweise zum Stellen von Fragen, die ich an die Referentinnen weiterleiten werde und dann diese dann von ihnen beantwortet werden, soweit möglich. Und das geschieht, also die Fragen können im Etherpad sofort jederzeit gestellt werden und ich würde aber diese Fragen zusammenfassend nach dem Vortrag, nach dem Beitrag dann stellen, beziehungsweise dort, je nachdem, wo es sich dann als sinnvoll erweist, aber in der Regel am Ende des Einführungsvortrags. Was passiert also thematisch? Wir haben den Einführungsvortrag zum NMC Horizon Report von 2017 als Library Edition. Der Einführungsvortrag dient der Vorbereitung des Hands-on Labs am Bibliothekartag nächste Woche. Ja, das kann ich noch kurz sagen, dieses Hands-on Lab wird am Dienstag stattfinden, aber da will ich auch nicht weiter vor, am Dienstag, den 30.05., da will ich aber nicht weiter vorgreifen. Da werden nämlich Claudia Lienhardt, Gabriela Padovan und Rudolf Momenthaler noch viel intensiver drauf eingehen. Ganz kurz zu den Referentinnen, Claudia Lienhardt begrüße ich sehr herzlich hier von der ETH-Bibliothek, hat schon einige Jahre das Thema Innovation und Projektentwicklung bei der ETH-Inne und ist von Hause aus auch Informationsspezialistin, hat ein Diplom in Informations- und Dokumentationswesen an der HTWQ abgeschlossen und dazu noch einen Master of Arts der Informations- und Bibliothekswissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin abgeschlossen. Gabriela Padovan ist wohl die rechte Hand oder ein Hand in Hand gegen die beiden, nämlich als Projektmanagerin an der ETH-Bibliothek angestellt und sie hat auch einen Master an der HTWQ gemacht, einen Master of Advanced Studies in Information Science, hatte aber zuvor auch Kunstgeschichte an der Universität Zürich studiert. Last but not least Rudolf Momenthaler. Ich glaube, ich muss ihn fast schon gar nicht überhaupt vorstellen, weil er schon im dritten Beitrag hier war, aber für alle, die sich als erstes oder zum ersten Mal hier zuschalten, ganz kurz. Rudolf Momenthaler ist noch Professor für Bibliothekswissenschaft an der HTWQ, wird aber im Juli dann als Bibliotheksdirektor nach Luzern wechseln, das hat er auch schon länger angekündigt, von Hause aus neben, und natürlich neben unterschiedlichsten Aktivitäten ist Rudolf Momenthaler. Da hat er unter anderem ein Diplom im Management für Non-Profit-Organisationen abgeschlossen, aber von Hause aus ist er Historiker, Slavist und Politikwissenschaftler und hat dieses Studium mit einem Doktortitel auch abgeschlossen. Ja, es ist sehr beeindruckend, was da in der Liste steht, aber da will ich auch nicht weiter darüber erzählen, sondern den Kolleginnen und, also Christina Lienhardt, Gabriela Padawan und Rudolf Momenthaler das Wort übergeben. In diesem Sinne, the stage is yours. Danke, Matti. An die Kolleginnen möchtet ihr, ihr seid jetzt stumm geschautet, würdet ihr noch schneller etwas zur Begrüßung sagen? Nein, geht gar nicht. Hat das, ich sehe nur, dass ihr stumm geschautet seid. Aus der Technik noch mal kurz, ihr müsstet auf das rote Icon euch wieder aktivieren. Jetzt habe ich mich gerade ent... Gut, ja, also ich kann einfach nur kurz Hallo sagen, ich meine, Matti Stöhr hat ja schon das meiste gesagt, also mit dem her, ja. Also ich bin froh, der Lienhardt. Auch von meiner Seite. Guten Abend allerseits. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und wir freuen uns dann ganz besonders, wenn ihr am nächsten Dienstag dabei seid. Wir werden dann am Schluss uns nochmals melden. Danke sehr, danke sehr meinen Kolleginnen, ehemaligen Kolleginnen an der ETA-Bibliothek. Da haben wir eine gemeinsame Vergangenheit. In Chur haben wir uns eigentlich nicht live getroffen, das haben wir nicht verpasst. Gut, ich würde dann mit der Präsentation beginnen, hier den Bildschirm übernehmen. Ich muss noch einschränken oder mitgeben, ich bin zurzeit über das Handy verbunden, weil bei mir zu Hause gerade das Internet nicht ganz so will, wie es sollte. Also ich hoffe, dass es funktioniert. Die Slides präsentiere ich jetzt so. Wenn dann Probleme werden, bitte ich die Technik zu melden. Also was wir hier machen, ist so quasi ein Flipped Classroom, Inverted Classroom. Das ist ein Konzept, dass man im Voraus Informationen mitgibt den Studierenden. Also die können dann Online-Informationen beziehen, sich Texte lesen und so weiter. Und im Unterricht wird dann gearbeitet, wird diskutiert. Und das ist eigentlich das, was jetzt entstanden ist, dank dem Bibcast. Wir haben wenig Zeit im Hands-on-Lab, die wir nutzen wollen, dass wir gemeinsam etwas erarbeiten können. Und deshalb ist es ideal, dass wir quasi die Hintergrundinformation was denn eigentlich in diesem Horizon Report steht, wie der zustande kommt, dass wir da heute etwas ausführlicher diesen Hintergrund beleuchten können. Wie gesagt, im Hands-on-Lab nächsten Dienstag, es sind noch Plätze frei, aber die Anzahl ist beschränkt. Also wer sich dafür interessiert, kann sich dann melden. Also Ausblick auf den Horizon Report 2017. Was ist da der Horizon Report? Das ist jetzt das dritte Mal, dass ein Horizon Report Library Edition erstellt wurde. Er ist im März gerade erschienen. Wichtig ist zu wissen, dass er sich auf wissenschaftliche Bibliotheken bezieht, also nicht öffentliche Bibliotheken mitmeint, sondern fokussiert auf wissenschaftliche Bibliotheken, bewusster entscheidet, dass wir da das etwas fokussieren möchten. Es ist eine Zusammenarbeit der beiden Institutionen, die heute vertreten sind, die ETA-Bibliothek, HTW Chur, mit der TB Hannover und vor allem auch mit dem New Media Consortium und den Kollegen in den USA, die diese Reports, die Horizon Reports zu verschiedenen Themen herausgeben. Und wir haben auch die Association of College and Research Libraries als Partner, die haben vor allem auch bei der Veröffentlichung des Berichts in ihrer Jahreskonferenz mitgemacht. Worum geht es bei diesen Horizon Reports? Es sollte ein Trendbericht sein und der Trendbericht soll als Wegweiser dienen, so steht es auch im Bericht drin, für Bibliotheken und für deren strategische Planung. Also das Trendbericht gibt so einen Hinweis, in welche Richtung man allgemein die Entwicklung sieht, als Wegweiser, aber die Themen müssen dann auch umgebrochen werden. Sie müssen von den einzelnen Bibliotheken selber gewichtet werden und analysiert werden. Und was wir dann im Hands-Online machen, ist so eine Vertiefung, also dass wir eigentlich mit dem Material, das da durch den Bericht entsteht, weiterarbeiten. Man sieht den Link, da gibt es den Report zum freien Download. Ich sage ein paar Worte, das hätte ich jetzt im Hands-Online-Lab nicht machen können, zur Methode. Alle Horizon Reports werden mit der gleichen Methode erarbeitet, also die Horizon Reports, Higher Education und andere für Museen und so weiter, die immer nach demselben Vorgehen, sind also Expertinnen und Experten weltweit zusammengestellt, die gemeinsam die Arbeit machen. Man diskutiert Beiträge, man bewertet, man gewichtet. Die Arbeit dieser Experten und Expertinnen erfolgt virtuell und es gibt ein Redaktionsteam, das gewisse Dinge bündelt, korrigiert und dann auch den Bericht schreibt. Also am Schluss quasi den Report schreibt. Die Aufgabe der Expertinnen und Experten besteht darin, zunächst mal Artikel zu diskutieren. Es werden Artikel zu verschiedenen Themen vorgelegt. Man kann selber Artikel beitragen, also man kann sagen, da gibt es etwas Spannendes zum Thema Internet of Things, müsst ihr lesen. Die anderen Experten können das kommentieren und können eben auch selber Ideen einbringen. In einem zweiten Schritt, wenn also quasi alle auf demselben Wissensstand sein sollten durch diese Diskussion, werden dann die Forschungsfragen diskutiert, beschrieben. Es geht darum, dass die eben die Trends, die Technologien und die Herausforderungen definiert werden, die in den nächsten Jahren für Bibliotheken eine wichtige Rolle spielen. Genau, man kann also vorgegebene Themen diskutieren, man kann neue Themen einbringen. Es erfolgt dann eine Auswertung der Diskussion, eine Gewichtung und dann können die Expertinnen und Experten abstimmen. Man kann Punkte vergeben für die Themen, die man selber am wichtigsten findet. Es ist dann also so eine Kombination der verschiedenen Expertenmeinungen und am Schluss hat man, also am Schluss das Zwischenergebnis hat man pro Technologie, pro Zeithorizont, pro Trend und Zeithorizont, je vier Themen. Und diese vier Themen gehen dann nochmal in eine Runde, wo man nochmal wählen kann. Also eines abwählen, dass am Schluss dann die Themen mit den meisten Punkten dann auch in den Report aufgenommen werden. Also so kommen eigentlich durch die Diskussion, durch die Gewichtung und Abstimmung kommen die Themen dann in den Report. und das sind eben, ich werde es dir nachher kurz vorstellen. Hier noch ein Blick auf das Wiki als Arbeitsinstrument. Man arbeitet online in einem Wiki, soviel ich weiss, wird das jetzt erneuert, eine neue Plattform, aber hier noch die bisherige, die auch online zugänglich ist. Also man kann im Wiki schauen, was die einzelnen Expertinnen und Experten diskutiert haben, was sie beigetragen haben, welche Themen sie für gut befunden haben. Also man kann einfach sagen, finde ich gut, indem man seinen Namen dahinter setzt oder man kann selber Beiträge dazugeben, die dann wieder von den anderen kommentiert werden können. Zu allen einzelnen Aspekten des ganzen Reports. Also und auch das Wiki ist offen, offen zugänglich. Man kann zwar nicht mitdiskutieren, wenn man nicht Member ist, Mitglied des Boards, aber man kann zuschauen, man kann es lesen. So, was sind die Ergebnisse? Wir haben als erstes hier jetzt die Trends. Die Themen, also Trends, die die Adoption von Technologien in wissenschaftlichen Bibliotheken beschleunigen, heißt das genauer. Wir haben kurzfristige Trends, hier auf der ersten Linie, mittelfristige und langfristige Trends. Also kurzfristige sind solche, die etwas kürzer wirken, also nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten, also die nicht ganz so lang andauern wie die langfristigen Trends. Hat man jetzt vermutlich nicht so verstanden, aber eben kurzfristige Trends, haben wir Forschungsdatenmanagement und die Nutzererfahrung, die Wertschätzung der Nutzererfahrung als Themen. Wir haben bei den mittelfristigen den Trends zu Patrons as Creators, also die Bibliotheksnutzer werden Schöpfer, Nutzerinnen werden zu Schöpferinnen. Das Thema Neukonzeption von Bibliotheksräumen, wird als mittelfristiger Trend erkannt und langfristig die institutionsübergreifende Zusammenarbeit und die Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Kommunikation, habe ich jetzt mal umschrieben, es ist nicht ganz einfach zu übersetzen, aber es geht um diese ganze Veränderungen von Karrieren, von Kommunikation in der Wissenschaft mit ihren Auswirkungen auf die Bibliotheken. Das sind also die aktuellen Trends 2017. Ich habe hier noch auch aus dem Report eine Grafik, die zeigt, wie sich diese Themen entwickeln im Verlauf dieser drei Reports. Wir haben ja übrigens jetzt die Zweijahresspanne eingeführt, also der nächste sollte dann 2019 erscheinen. Wir sehen, es gibt Themen, die über alle drei Reports hier genannt werden, also diese Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Kommunikation und das Forschungsdatenmanagement sind in all drei Reports drin als Trendthemen. Und wir haben andere, die jetzt erstmal einmalig dabei sind, andere, die zweimal dabei waren. Also eine gewisse Stabilität, aber auch immer wieder neue Themen, die hier auf die Liste kommen. Ich gehe jetzt nicht im Einzelnen auf alle anderen Trends ein, das würde zu weit führen, aber hier einfach die Zusammenstellung, dass man sieht, welche der aktuellen Trends hier schon länger zurückwirken. Also die Trends sind ein Thema, das nächste sind die Herausforderungen und für mich sind immer die beiden Themen eigentlich fast die spannenderen als die Technologien, muss ich sagen. Herausforderungen, also welche eben Challenges, welche Herausforderungen verhindern dann die Adoption dieser neuen Technologien in wissenschaftlichen Bibliotheken. Das ist die Forschungsfrage. Ich habe wieder die Grafiken aus dem Bericht und Übersetzungen. Wir haben als lösbare Herausforderungen, solche, die wir verstehen und wissen, wie man sie lösen kann, so werden die eingeteilt, die Zugänglichkeit, Accessibility, auch Barrierefreiheit hier als Thema von Bibliotheks-Services und Ressourcen. Wir haben die Verbesserung der digitalen Literacy, der digitalen Informationskompetenz als Thema. Dann haben wir hier die mittlere Rubrik, die schwierigen Herausforderungen, die, die wir verstehen, aber von denen wir die Lösung noch nicht kennen. Da ist Anpassen der Organisation von Bibliotheken an die ganzen Entwicklungen, die Integration, Interoperabilität und Kooperation. Wir sehen hier mehrfach kommt das Thema Zusammenarbeit in technischer Form hier, aber auch in institutioneller Form in anderen Bereichen. Das ist so ein ziemlich grosses Thema im aktuellen Report. Dann haben wir die verflixten Herausforderungen, Wicked Challenges, die eigentlich zu komplex sind, dass wir sie verstehen können. Wir verstehen sie nicht richtig und wissen natürlich auch nicht, wie lösen. Da wird genannt die wirtschaftliche und politische Druck auf Bibliotheken und dann noch die Annahme des Bedarfs für radikale Veränderungen wörtlich übersetzt. Themen, also wenn ich jetzt von heute aus aus Luzern schaue, ist das erste mit dem politisch wirtschaftlichen Druck ziemlich aktuell. Nein, gilt jetzt eben weltweit, überall und die Frage ist, wie sich das auf die einzelne Bibliothek dann auswirkt. Das wären die Herausforderungen und dann auch hier nochmal die Entwicklungen über die drei Reports hinweg, auch hier wieder, es gibt eine Herausforderung, die konstant ist, nämlich embracing the need for radical change, also die Veränderung, die Bereitschaft Veränderungen anzunehmen und zwar grundlegende Veränderungen ist hier ein Dauerbrenner. Andere sind neu und die Digital Literacy ist auch schon das letzte Mal drin gewesen. Unten ein Thema, das es gerade nicht geschafft hat, ich werde noch auf diese Themen zu sprechen kommen, ist das Überdenken der Rollen und Aufgaben von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren ist hier die letzten beiden Male eine wichtige Herausforderung gewesen. Und schliesslich noch die Technologien. Damit hat eigentlich der Horizon Report angefangen. Es ging um Technologien in Higher Education. Am Anfang ging es nur darum, später sind dann die Trends und die Herausforderungen dazugekommen. Hier im Horizon Report Library Edition 2017 sind die Themen hier jetzt auf dem kurzfristigen Zeithorizont ein Jahr oder weniger Big Data und Digitale Wissenschaft Technologien für Digitale Wissenschaft also Digital Humanities zum Beispiel gehören da dazu. Im mittleren Zeithorizont zwei bis drei Jahre sind Plattformen für Bibliotheksdienste und die Online Identität als Thema und auf dem Zeithorizont vier bis fünf Jahre künstliche Intelligenz und Internet of Things. Das sind also die Technologien die in diesem Jahr es an die Spitze geschafft haben. Bei den Technologien wenn ich jetzt weitergehe auf diese Übersicht sehen wir dass das Bild deutlich bunter ist. Also es gibt keine die über alle drei Reports hinweg es geschafft hat unter die ersten zwei zu kommen. Es sind ganz viele neue dabei alles neue dabei und auch schon im letzten Jahr war eigentlich nur Semantic Web und Linked Data war eine Technologie die zweimal vorgekommen ist. Sonst sind hier große Veränderungen und große Wechsel jeweils vom einen Report zum nächsten. Dann eben diese Themen die es gerade eben nicht geschafft haben. Durch das Wahlverfahren ist es möglich dass es Themen gibt in jeder Rubrik die viele Stimmen kriegen aber dann von anderen überboten werden. Also die auch wichtig wären aber es gerade nicht unter die letzten zwei geschafft haben und das sind die die wir in diesem Jahr im Report auch zusammengestellt haben. Bei den Trends sind es Innovationskultur kollaboratives lernen die Zugänglichkeit von Forschungsinhalten mobile Inhalte Open Education Resources und der Trend weg vom Buch gegen den ich gewesen bin also das ist ein Thema das es gerade nicht geschafft hat es wurde diskutiert man kann die Diskussionen im Wiki anschauen aber es wird nicht ausformuliert im Bericht bei den Herausforderungen gesellschaftliche Herausforderungen dann die Konkurrenz durch andere Such- und Recherchemöglichkeiten die Einbettung ins Curriculum die Obsoleszenz von Wissen Library Services unter die Leute zu bringen Marketing Promoting und hier wieder die Rolle eben die Rethinking Roles and Skills of Librarians das es die letzten Jahre geschafft hat das wären also so Themen die auch wichtig waren aber nicht in die erste Runde kamen und hier adaptive Learning Learn Lern Lern Technologien Visualisierung von Information Makerspaces Mixed Reality Virtuelle Assistenten und Wearable Technology im Bereich Technologie also das sind Themen die nicht ausformuliert werden wenn man sich interessiert muss man ins Wiki steigen und dort schauen was diskutiert wurde ich glaube die Folie hier kann man jetzt noch anschauen und auch nachträglich ich gehe jetzt aber im Einzelnen nicht darauf ein es ist nochmal eine Zusammenstellung der wichtigsten Erkenntnisse welche Themen sind so quasi über das Ganze hinweg wichtig für Bibliotheken für wissenschaftliche Bibliotheken das überspringe ich jetzt aber und komme noch auf eine zusätzliche Darstellungsformen im Report es sind so sechs Rubriken geschaffen worden mit denen die einzelnen Themen dann gekennzeichnet werden sind auch so übergreifende Metakategorien zum Beispiel eben die Erweiterung des Zugangs und der Nutzerfreundlichkeit beim ersten Symbol hier dann die Wegbereiten für Innovation als Thema also was Innovation fördert was authentisches Lernen und Discovery also Entdecken fördert soziale Veränderungen ausgleichen hier als Thema Forschungsdaten und Nutzerdaten auszuwerten zu verfolgen als ein Thema und digital also die digitale Kompetenz zu fördern als übergreifende Themen die immer wieder auftauchen also die sind dann so im Report verstreut wer sich dafür noch mehr interessiert der Bericht selber ist auf Englisch erschienen wir haben uns entschieden ihn diesmal nicht auf Deutsch zu setzen nur die erste Ausgabe wurde das auch weil der Aufwand extrem groß ist für seine Übersetzung und die Hoffnung dass die Leute Englisch sprechen können ich habe in meinem Blog das eine oder andere vertieft also wer sich interessiert kann da sicher auch noch weitere Anregungen finden so jetzt blende ich aus Moment jetzt muss ich gerade aussteigen hier Bildschirm Präsentation beenden jetzt sehen wir wieder alle jetzt sind aber die Folien weg ich muss dann vielleicht zwischendurch schnell die Folien wieder zeigen damit das übereinstimmt was wir erzählen und was zu sehen ist für die Zuschauerinnen und Zuschauer ich kann das aber glaube ich ein bisschen weniger ich habe ich habe meinen Bildschirm freigegeben genau einen Moment ich muss jetzt noch Folien verkleinern so da sehen wir es irgendwie nicht 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 sondern wir den Bildschirm freigeben von unserer Seite Rudi das wäre genial das wäre genial dann könnt ihr nachher zum HandsOnline was sagen okay machen wir das wenn ihr das spontan hier reinblenden könnt wäre das super mal schauen ob das System das mit macht ihr seid jetzt wieder stumm geschaltet ist das beabsichtigt ja wir sind Entschuldigung wir sind gerade dran den Bildschirm zu teilen damit man die Folien von uns sieht ist das da kleiner Moment wir haben es gleich ich könnte sonst auch doch nochmal starten aber ihr übernehmt einfach es ist etwas das genau du hast sehr schön das Bild gebracht von die Folien kommen gleich sind sie sichtbar da müssen wir noch an den Schluss das war jetzt zu schnell wunderbar nochmals nochmals entschuldigt bitte wir kommen am Dienstag zusammen für dieses Hands-on Lab und wie Ruti gesagt hat ist das ein Wegweiser der Horizon Report wir nehmen den als Ausgangspunkt um Richtungen um die Richtungen mal auszuloten wir möchten mal diese verschiedenen Wegweiser es ist so als wären wir an einer Riesenkreuzung mit mindestens einem Kreisel mehrspurigen und verschiedenen Abzweigungen um hier das wieder zusammenzufügen innerhalb des Hands-on Labs zu einem Bild wie das Ziel aussehen könnte also wie die Bibliothek denn in zehn Jahren aussehen könnte wenn sich diese Technologien und diese Trends zusammensetzen wir haben uns einige Technologien und Trends herausgesucht wir haben die Trends und Technologien zusammengestellt und möchten dann in mehreren Kleingruppen ein Modell entwickeln wie die Bibliothek denn dann aussehen würde wenn diese Trends und Technologien quasi Alltag sind und dazu verwenden wir einen den Design Thinking Prozess und dazu kann gerade Claudia noch ein paar Worte sagen etwas lauter bitte sind jetzt wieder weg die Folien sehen wir aber Claudia hören wir gerade nicht richtig du bist immer noch recht leise es ist tatsächlich sehr sehr leise Dein Mikro ist jetzt ausgeschaltet so jetzt hört man mich besser hören genau wir hören dich aber sehen dich nicht aber wichtig sind doch die Folien oder genau noch noch die Folien sind nicht sichtbar dort ist nämlich jetzt das Hangout im Vordergrund und deswegen müsstet ihr dort nochmal genau ja also jetzt bin ich wieder sichtbar also bei mir zumindest soll ich sonst die Folien nochmal reinspielen ja es ist sowieso noch eine Folie aber das kannst du gerne machen ja so gut also ich wollte noch kurz was zum Design Thinking sagen warum wir das für den das Hands-on Lab einsetzen möchten als methodische Basis also es ist so Design Thinking ist ein Prozess der eigentlich sehr kunden sehr mensch zentriert ist sagen wir es mal so es dient dazu Prozesse zu entwickeln neue Dienstleistungen zu entwickeln Produkte zu entwickeln mit Fokus auf den Menschen auf den Kunden die Kundin das heißt die Produkte die Dienstleistungen die Services die werden mit dem Kunden mit der Kundin und um den Menschen praktisch herum entwickelt und den Design Thinking Prozess den kann man auch mehrere Monate betreiben gerade wenn es um die Entwicklung eines neuen Produkts oder eines neuen Services geht man kann Design Thinking aber auch sehr gut in Kurzform einsetzen im Rahmen eines solchen Labs wie wir es planen Design Thinking ist ein starker Kreativprozess der sich eben an die Arbeit eines Designers anlehnt und wir werden diesen Prozess als Grundlage für den Ablauf des Labs nehmen zentrales Element des Design Thinkings ist zum Beispiel das Prototyping wo es darum geht die Ideen die man im Rahmen des Vorgänges gesammelt hat auch modellhaft darzustellen und anhand dieses Prozesses werden wir eben diese Fragestellung die Gabriela vorhin erläutert hat wie eben Wissenschafts Bibliotheken in zehn Jahren aussehen wenn die von uns ausgewählten Trends und Technologien Alltag geworden sind ja um diese Fragestellung zu bearbeiten genau mehr wollen wir an dieser Stelle gar nicht sagen das werdet ihr dann alles wenn im Rahmen des Labs miterleben können den Prozess okay dann würde ich mich jetzt als Moderator mal wieder einschalten herzlichen Dank für den spannenden Einblick erstmal die Grundlagen zum Horizon Report zu legen und dann einen Vorgeschmack zu geben was dann am Dienstag passieren soll da werden viele gespannt sein nehme ich an ich greife jetzt mal die Fragen auf wir waren in der Etherpad Community relativ in überschaubarer Runde unterwegs Felix und meine Wenigkeit haben dort was reingeschrieben und gefragt festgehalten für uns war es um mal einzusteigen für uns war es überraschend wir haben das im Chat ganz kurz angeteasert und dann als Frage auch mitformuliert warum oder anhand vom Thema Forschungsdatenmanagement warum Forschungsdatenmanagement an den in den drei Horizon Reports auftaucht und dann letztendlich als nur noch als kurzfristiger Trend betrachtet wird wie kommt das eigentlich zustande jetzt anhand dieses Themas wird es dann in drei vier Jahren wirklich kein Trend mehr sein ist das jetzt in die so hat Felix das geschrieben ist das als kurzfristiger Trend deswegen zu sehen weil es dann als normale langfristige Aufgabe zu sehen ist und daher nur noch als kurzfristiger Trend zu betrachten ist weil das alle verstanden haben oder gerade weil Forschungsdatenmanagement jetzt als wichtige Daueraufgabe betrachtet wird könnt ihr dazu eine Aussage treffen wie das so zustande kommt ich glaube das muss ich mal versuchen so einfach ist es nicht es ist eigentlich so die einzelnen Reports die nehmen nur sehr lose Bezug zu den anderen also zu den Vorläufern das wird immer quasi neu diskutiert also das heißt jetzt nicht wenn etwas heute kurzfristig ist dass es dann das nächste Mal automatisch verschwindet das wird dann in zwei Jahren wieder bewertet und wenn man dann sagt oh das etwas ist noch immer ein Trend aber vermutlich wird er jetzt dann bald durch sein dann kommt er vielleicht nochmal in derselben Rubrik also ich denke es ist von heute aus zu sehen also dass man und das ist interessanterweise seit drei Jahren wenn man sagt Forschungsdatenmanagement ist eher ein Trend der dann schon bald vorbei sein wird weil er eben Normalität ist also so würde ich es auch interpretieren aber man denkt vom einen Report nicht zum anderen also das ist von heute aus gesehen kurzfristig heißt man geht davon aus dass es dann bald mal Mainstream sein wird und wir nicht mehr in dieser Form darüber sprechen im Report also vielleicht so zu interpretieren versuchen ja danke und die zweite Frage die ich mir gestellt habe und frage natürlich auch ob es eine Erklärung dafür gibt eine plausible du hattest das sehr gut auch visuell aufgeschlüsselt dass Technologien dafür ist ja der Report ursprünglich auch konzipiert worden dass Technologien nicht dauerhaft in dem Report auftauchen bis auf ein zwei Ausnahmen war das glaube ich sondern immer nur in einem Report genannt werden warum ist das so wie ist das zu erklären dass bestimmte Technologien tatsächlich nur in einzelnen Reporten auftauchen ist das dann wie so eine Art Hype der darum entsteht und dann flaut sich das wieder ab und dann wird das nicht mehr im Fokus also ich kann also ich werde auch versuchen zu antworten mit Begründer der ganzen Geschichte ich habe früher auch im Higher Education Report mitgemacht dort eigentlich eingestiegen und sag mal so es ist offenbar so dass diese Technologien eher etwas kurzfristig interessant sind und dann wieder rausfallen vielleicht auch weil es so viele sind die zur Diskussion stehen das sind so 50 oder so die man diskutiert dass da vielleicht auch eher die Chance dass eine zweimal kommt geringer ist aber es ist nicht so wie gesagt man kann die es ist nicht wie beim Gartner Hype Cycle wo Gartner die Themen wieder aufgreift und mitführt und schaut wo sind die jetzt heute die im letzten Jahr da waren sondern da wird jedes Mal quasi neu gedacht es kommen neue Leute dazu und man nimmt nicht Bezug auf den letzten und schaut was war da jetzt Makerspaces hatten wir was wird denn aus den Makerspaces sondern man schaut einfach wieder neu die Technologien an sagt die scheint mir wichtig und am Schluss in der Abstimmung kann man sie noch den einzelnen Zeithorizonten zuordnen und dann entscheidet sich das also es hat durch die Methode gibt es diese vielen Veränderungen gerade bei den Technologien ich denke es ist vor allem auch von dieser Methodik her sehr viele Themen die jedes Mal neu diskutiert werden und da gibt es wenig Kontinuität aber ich würde jetzt nicht sagen dass die Themen dann verschwinden oder was hatten wir jetzt im Internet of Things ist jetzt aufgekommen oder Semantic Web war zweimal eher am Rande dabei sage ich jetzt mal das hat da eine gewisse Zufälligkeit sage ich weil eben nur die zwei besten Themen überhaupt sichtbar werden und hier mit den meisten Stimmen das ist eher durch die Methode geschuldet als dass da wirklich viel also das Konzept ist das dahinter steht Dankeschön und dann hätte ich noch eine weitere Frage die sich auf das Hands-on Lab bezieht das dann nächste Woche stattfinden wird ohne natürlich da vorgreifen zu wollen aber mich interessiert einfach die Frage wie kam es zu der Entscheidung für die Methode Design Thinking die dort angewendet wird oder angewendet werden wird gab es andere Methoden die in Frage kamen und wo ihr euch dann entschieden habt nee lieber doch nicht oder wollt ihr jetzt einfach mal die Methodik neu ausprobieren und gucken ob sie auf die Diskussion zum Horizon Report beziehungsweise zu Entwicklungstrends in Bibliotheken ja überhaupt tragfähig ist beziehungsweise zielführend ist ja die Delphi Methode ist eine interessante Methode und wie jede Methode hat sie natürlich ihre Limitationen und ihre Vor- und Nachteile und wir haben gedacht wir spielen etwas ähnliches also wir haben eine Gruppe von Leuten die sich nicht kennt deshalb auch in der Einladung die Bitte dass sich maximal zwei aus der gleichen Institution anmelden sollten damit wir da nicht möglichst große Diversität Verschiedenheit haben und die Diskussion breit wird das ist etwas ähnliches auch wie beim Horizon Report wo die Expertinnen 50 70 an der Zahl jedes Mal neu ausgewählt haben wie Rudi gerade erklärt hat und die kommen weltweit zusammen haben drei Monate Zeit und wir haben jetzt 120 Minuten und wir wollten ganz klar eine andere Methode nehmen aber eine Methode die in dieser kurzen Zeit möglichst viel Kreativität ermöglicht und möglichst viel Spielraum ermöglicht es soll auch spielerisch sein es soll auch eine Erfahrung werden und wir haben hier bei uns in unserer Sektion viele verschiedene Kreativmethoden zu testen und Elemente aus dem Design Thinking haben wir auch schon angewendet oder wenden wir auch immer wieder an und finden das ermöglicht spannende Resultate und wir dachten auch dass es vielleicht für den einen oder anderen auch ein Experiment ist mal an solch einer Methode teilzunehmen die oder der das vielleicht noch nicht angewendet hat also dass es möglichst vielschichtig ist dieses Hands-on-Lab einerseits der Inhalt sich auseinandersetzen mit einigen der Trends die da genannt wurden und andererseits aber auch wirklich die Methode kennenzulernen und eine Zusammenarbeit mit Leuten eine intensive Zusammenarbeit das wird meistens ziemlich intensiv für eine beschränkte Zeit am Bibliothekartag wo man sonst meistens nur an Vorträgen sitzt und den Sitznachbarn kennenlernt oder bei einem Apro jemanden kennenlernt aber vielleicht mehr mit den Leuten die man kennt sonst im Gespräch ist das war so die Idee die Methode zu wählen und dadurch dass ihr nur eine begrenzte Zeit habt wie eben erwähnt 120 Minuten habt ihr schon eine genaue Vorstellung davon welche Trends Technologien und Herausforderungen ihr adressieren wollt oder wird das dann im Plenum entschieden sozusagen Nein Nein das ist richtig wir haben das ziemlich genau durchgetaktet und vorbereitet das war dann auch der Grund dass wir die Vorstellung des Horizon Reports ausgelagert haben wir können leider da den nicht vertiefen und die Trends haben wir dann schon ausgesucht und festgelegt die wir dann bearbeiten werden was ich voraus verraten kann ist wir haben nicht nur Trends die auf der Topskala sind ausgewählt sondern wir haben auch einen von diesen zweitrangigen Trends gewählt damit wir wirklich das Feld möglichst weit aufmachen können und auch die Technologien haben wir schon bestimmt also die Konzentration soll tatsächlich darauf sein das Bild der Zukunft zu entwickeln ich sag's mal in diesem Sinne das wird sehr sehr spannend einen Blick in die Glaskugel zu werfen und man kann nur ja wirklich gespannt sein welche Ergebnisse aus dem Hands-on Lab entstehen werden noch kurz zum Ausblick wie werden sie dokumentiert beziehungsweise es fahren ja nicht alle auch zum Bibliothekartag gerade Felix hat auch in der Unterhaltung geschrieben das ist so eine spannende Methode jetzt würde er doch traurig sein oder er ist etwas traurig dass er nicht auf dem Bibliothekartag dann doch ist aber er interessiert sich auch für das Thema und wie beziehungsweise was kann er von den Hands-on Lab Ergebnissen mitbekommen beziehungsweise wie kann er etwas mitbekommen um sich damit weiter zu befassen wir werden sicher auf die Resultate eingehen und die fotografisch festhalten und auch verbreiten ich denke so ganz genau haben wir es noch nicht geplant die Möglichkeit wäre bestimmt da auf dem Bibcast noch Dinge hochzuladen und allen zur Verfügung zu stellen Rudi möchtest du mich da noch ergänzen wir schreiben einen Zusatz zum Bericht plus zehn Jahre oder sowas also ich meine das ist das Charmante das Spannende was wir versuchen wollen wir haben jetzt einen Trend eine Momentaufnahme es ist auch sehr aus dem Moment heraus entstanden wie ich gesagt habe und das jetzt mal weiterzudenken das kann man sonst nicht in diesem Format oder was wir auch schon mehrfach gemacht haben zu schauen was heißt das jetzt heute für eine einzelne Bibliothek kann man auch in anderen Formen machen aber deshalb jetzt ein Kreativ Workshop um da quasi mal drüber hinaus zu gehen und zu schauen ob es auch dafür eine Grundlage bietet und wenn dann würden wir dann irgendwie was berichten darüber also in Blogs oder aber das haben wir wirklich noch nicht abgesprochen aber die Frage kommt natürlich wenn Leute sagen wie Felix Och ich wäre jetzt doch gerne vor Ort dabei können es nicht Gut Was würdest du erwarten was wäre deine Erwartung als Resultat oder wie würdest du es gern nachvollziehen also ich hätte schon jetzt in dem Fall ganz pragmatisch erwartet dass es einen kleinen Report gibt mit mit den Ergebnissen auch bebildert zum Beispiel wie Rudi gesagt hat im Blog weil ja dort auch eine gewisse Awareness ist und beziehungsweise über ASS man ja die entsprechende Info dann auch reinbekommt die Verlinkung zurück zu unserem Beitrag hier im Rahmen des Bibcast ist sowieso charmant da quasi diese Wechselbezüge da wieder herzustellen und zu sagen ja das ist tatsächlich passiert und ja je nachdem natürlich im Rahmen eines neuen Bibcast oder ja in einem Videoblog oder sowas darüber zu berichten aber da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten ich denke mal das wird auch abhängig sein von der von dem tatsächlichen Gelingen des Workshops sodass man dem auch nicht vorgreifen kann und dann wird auch die geeignete Form der Ergebnis Präsentation aus aber gerade mich und auch Felix wie ich das in dem kann interessiert ja auch vor allen Dingen wie die Methodik tatsächlich greift beziehungsweise inwieweit die Methode auf dieses Thema erfolgreich angewendet werden kann ja ich denke auch wir haben jetzt vorhin gesagt vielleicht Blog ist sicher ein guter Ort wo wir dann berichten können aber es ist gut dass ihr uns darauf hinweist weil wir werden jetzt sicher ziemlich eingespannt sein und zu tun haben während dieses Workshops dass wir noch daran denken dass wir auch dokumentieren während des Workshops und nicht nur die Resultate einfach dann irgendwie fotografisch festhalten das Minimum können wir sicher entgegennehmen genau und gewissermaßen kann man ja auch die anderen Leute sofern möglich auch damit integrieren dass sie ihre Erfahrungen beziehungsweise ihre Perspektiven auf den Workshop auch mitteilen so dass das eine kollaborative Sache werden könnte ja wir werden es erleben gut ich sehe keine weiteren Fragen der Hinweis natürlich darauf dass die wenn sie veröffentlicht werden dann kann auch aufs YouTube Video oder vom YouTube Video aus verlinkt werden direkt dann hat man auch die Kontextualisierung noch und ja wir hätten zwar noch zehn Minuten aber ich denke je nachdem vielleicht habt ihr noch was zu ergänzen aber ich denke wir können es auch dabei belassen oder habt ihr noch irgendwas als Botschaft an die Leute die zum Workshop kommen sollen was sollten sie mitbringen gibt es weitere Voraussetzungen sollte man sich intensiv mit Design Thinking auseinandersetzen oder sollte man lieber als unbeschriebenes Blatt dahin kommen das ist eure Einschätzung ja wir haben den also das Hands-on ebenso ausgeschrieben dass man als unbeschriebenes Blatt herkommen kann also keine Vorbereitung einfach herkommen offen sein und schauen was auf euch zukommt und mitmachen das ist alles das ist doch ein schönes Schlusswort und in diesem Sinne würde ich einfach sagen ich wünsche euch ein sehr erfolgreiches Hands-on Lab mit sehr vielen motivierten und engagierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern sodass ihr in diesem Workshop sehr schöne Ergebnisse erzielen könnt ich bin gespannt auf die Ergebnisse und wie gesagt wünsche euch viel Erfolg und man sieht sich also für diejenigen die dabei sind auf dem Bibliothekartag um gerade dieses Hands-on Lab zu erleben ok damit sind wir also durch mit dem diesjährigen Bibcast Programm für 2017 und ich kann nur sagen es war also aus meiner Perspektive das war wieder eine gelungene Nacht Nachfolgeveranstaltung zum vorherigen Jahr und man kann nur gespannt sein dass auch ein Programm im nächsten Jahr stattfinden wird das ist natürlich noch nicht raus da wird werden natürlich Auswertung stattfinden evaluiert natürlich das muss sein aber erstmal haben wir Feiertag nächste Woche nächste Woche sage ich schon morgen für einige gibt es ein langes Wochenende und dann mit neuer Kraft zum Bibliothekartag in diesem Sinne verabschieden sehen wir uns hier fürs Erste und sehen uns in Anführungsstrichen so Gott will dann in diesem Format im nächsten Jahr oder vielleicht sogar früher wir werden es erleben dann wieder in diesem Sinne ein schönes langes Wochenende für diejenigen die es haben aber mindestens einen schönen Feiertag morgen zu Pfingsten zur Himmelfahrt Entschuldigung Pfingsten kommt dann danach alles Gute schönen Abend danke danke fürs Moderieren und Tschüss